Wenn die uns beschenken wollen. Ja, wir gehen da so rein. Moin, Moin, wir holen die Lieferung ab. Nächte ich sehe weichig aus, beziehungsweise... Ich bin locker 20 Meter über dem Boden geschlittert, möchte ich anmerken. Ich wollte gerade hinter einem Stein in Deckung gehen. Wenn in dem Moment springt, trifft sie mit 80 kmh in mein Gesicht. Oh, da ist noch ein Geschütz. Ja, also Helps. Wofür brauchen wir die Helps? Wenn wir irgendwo wirklich hinfahren und richtig... Ja, wo? Aussteigen? Du nicht. Ich dachte schon. Wo sind die aus? Nee. Ich sehe, Heli, Heli, Nordhausen. Und wo? Ist ein Chromatsch. Ja, gut. Oh mein Gott! Nein, nein, nein! Ich war bei euch! Oh nein! Oh nein! Wo ist der? Wo ist der? Ohohohohohoho! Oh nein! Okay, weiter nach innen zu drehen. Das war nicht der einzige Deckung. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Neb ich mal aus dem Gesicht! Erbruch, hemmes. Feuer, Feuer, Feuer! Feuer! Über Pfeffer! Schaff! Über Pfeffer! Wie geht's mit deinem Reaktion? Feuer! 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 Ah! Rival! Bumm! Ende! Über mich! Because I'm happy! Oh! Oh! Ich schieße mit dem Dingster! Ich schieße mit dem Dingster! Eh? Also, okay.